Schüpp! Oh, da hinten ist die Geisterzähle. Yay! Gut, dass ich nochmal hergekommen bin. Die hätte ich wahrscheinlich ewig gesucht. Bam! Bam! Schüpp! Nice! Haben wir die auch bekommen. Wuhu! Und weiter geht's. Paddel, paddel, paddel. Paddel schneller, lieber Hund. Schüpp! Okay. Und hier irgendwie nach rechts raus, bitte. Geht's hier irgendwo raus? Ja, hier geht's raus, okay. Und dann wieder zurückverwandeln. Epona! Das macht auch Sinn. Wir lassen unser Pferd irgendwo anders stehen. Äh, reißen per schnell oder per Abkürzung und rufen dann wieder unser Pferd. Ich sagte, rufen wieder unser Pferd. Where are you, Maos? Äh, da hinten. Offenbar. Epona. Nein. Lass mich in Ruhe. Lass Epona in Ruhe. Kann das gar nicht haben. Uch, haben wir gerade im Reiten aufgestiegen. Cool. Naja. Hier entlang. Bam. Ich mag da. Ba, 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 ba. Epona. Oh, das dauert so lang. Den Kurs mit dir zu korrigieren. Wenn man mal irgendwo falsch ist. So. Ich versuche immer genau das Timing zu treffen. Au. Geht natürlich nicht, wenn ich nicht auf dem Pferd sitze. Okay. Äh. Epona aufpassen. Wieso rechnalierst du dich, wenn wir angegriffen werden? Es gibt auch wenig Sinn. Egal. Bam, bam. Ah, es war zu früh. Das war wieder richtig. Äh. Ich gucke mal links unten. Hier müsste irgendwo die Statue sein. Uch. Bam. Da. 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 Hier irgendwo. Vollbremsung. Nice gemacht. Äh. Bomben. Da würde zwar wird nichts sein, aber hey, trotzdem mal sprengen. Äh. Nur Biene, die ich nicht gebrauchen kann, die sowieso ewig da liegen bleiben, also können wir sie auch liegen lassen. Äh. Wo ist denn hier die Eulenstatue? Hier drin? Äh. Ach, hi. Hi. Ähm. So kann ich dich nicht töten. Sorry. Haha. Äh. Komm mal hier hoch. Nö, offenbar nicht. Wo ist denn die Eulen? Ach, da hinten. Gott sei Dank wurde es Tag. Sonst hätte ich die wahrscheinlich nie gefunden. But okay. Stup. Was passiert, wenn man sie runterfallen lässt? Waaa. Okay. Vergiss sie. Du entdeckst es, blablabla, aber anscheinend sind es immer noch Lücken, okay, fehlt noch was, interesting, ups, was fehlt noch, äh, wir haben das und das, wir haben die zwei, wir haben das hier noch nicht, okay, dann geht es wohl, gibt es noch irgendwelche, oh, Tatsache, hier gibt es auch noch welche, uh, hier nicht, äh, da oben auch nicht, und da unten auch nicht, okay, dann gehen wir erstmal in den Wald, in den Wald, Moment, von da hinten, ich, also, da waren wir schon, ja, okay, vergesst, was ich gesagt habe, in den Wald, in den Wald, bam, 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 so, und hier am besten rein, würde ich jetzt mal so sagen, Go, Link, go, Link, go, Midna, sup, und Wald von Ferone, nice, sind wir mal wieder hier, moin, jetzt können wir auch wieder Epona rufen, denn sie ist ja schon da, ups, äh, nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, was, hä, was bringt es, wenn man es hier macht, I have no idea, Was bringt das, ähm, Fischplatte, bitte nicht abschmieren, wartet kurz, wartet kurz, Was bringt das, ach, Epona kommt trotzdem, okay, cool, aber egal, dam, 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 sie kommt aber immerhin immer aus der richtigen Richtung, das muss man ihr schon mal zugute halten, ähm, ist trotzdem hier durch, Ah, ich liebe die Musik hier drin, na, sup, naja, wenn, wenn mal keine Gegner da sind, also, so viel Musik kriegt man da selten mit, hab, und hier rechts, Minikarte reicht ja völlig, äh, bin ich sicher, nein, das reicht, das ist nicht der Ausgang, da oben ist der Ausgang, man sieht es doch auf der Karte, Mensch, ey, Junge, komm mal klar, nee, okay, Okay, so, okay, ich glaube, ich sollte mal speichern, meine Fischplatte macht nicht mehr lange mit, oder mal die Disc einlegen, hm, das ist aber schlecht, komm an, So, ein Neustart der Fischplatte soll das normalerweise beheben Please Dass das coole ist, dass die Wii Games echt gut programmiert sind, die reagieren mit, ähm, ja, mit sowas, sehr gut, also, bei Xbox oder so, ich weiß nicht, was passiert da, wenn er theoretisch die Disc nicht mehr lesen kann, oder so, weil, hier wird das irgendwie ganz gut gehandhabt, finde ich zumindest, also, wenn, hä, ich hab doch grad das hier ausgewählt, Wenn, ähm, ich mal tatsächlich, oder wenn die Fischplatte mal rumspinnt, oh, ist doch nicht gut, oh, was soll ich sagen, wenn die Fischplatte mal rumspinnt und das Game deswegen anhält, dann kann man sogar die Fischplatte neu starten und es ist dem Game relativ egal, es macht dann einfach weiter, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass, äh, das Grundframework, Framework oder das, das Grundding der Wii-Spiele, die Grundbibliothek ganz gut gemacht ist, ein, oh, ich sag das wahrscheinlich null, aber, Tokamira sagt das schon was, so, äh, wie komm ich da hoch? ETF Irgendwo hier muss, äh, das Ding sein und da sind noch einige, wow, okay Mh, ich glaub, ich sollte hier sowieso mal entlang gehen und noch die ganzen Geistessehlen einsammeln Stimmt, hier waren wir ja, bevor wir den Auftrag für die Geistessehlen bekommen haben Hopps, hopps, hopps Einmal Zweimal Zweimal Bam Nice Wuhu Und jetzt? Noch hier irgendwo was? Ups, nein, das wollte ich nicht Link, nicht sofort wieder runterspringen, das ist nicht gut Äh, okay I'm confused Wo finden wir hier die Statue? Ja, offenbar auch nicht da, ne Oder doch? Das ist abseits der Karte, what the fuck Okay Äh, hier kann man nicht durch Kommt man hier irgendwo als Geist weiter? Ja, hier Hopp, 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 hopp Und wie kommt man da hoch? Hm, irgendwie nicht so leicht, auf jeden Fall Ah, ich geh mal den Weg entlang Why not, right? Da oben scheinen auch noch Dinge zu sein, die glitzern, aber gut Hopp Hopp, hopp, hopp Hopp, hopp, hopp Hopp Yay Äh, wenn man schnell genug vorbeigeht, geht das eigentlich? Haha Nice Okay Äh, hier muss man dann aber schon teilen Aber auch kein Problem Nur führt uns das natürlich nicht dahin, wo wir eigentlich hinwollen Deswegen bringt mir das gerade recht wenig Oder? Ne Ne So komme ich nicht weiter Mensch, wir haben die Laterne auspacken Und dann mal zu diesem Strang da oben links gehen Dass er immer da ist Ähm Oh Mann Ist es eigentlich tagsüber besser hier mit dem Nebel? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern Sogar nicht, ob man schwingen muss Ich glaube, wenn man einfach nur langsam entlang läuft, geht es auch Aber Hey Why not, right? Hi, liebe Pflanze Ihr kriegt mich eh nicht Haha Okay, du kriegst mich, du hast mich nämlich überrascht Du Kleine Äh Insert zum Äh Vulgar Word hier Blablabla So Wo geht es hier entlang? Oh ne Hier steht da eine Rubine drin Er sind Braucht die gar nicht zu beachten Weg damit mit der Laterne Wo geht es hier entlang? Huch Da geht es weiter Äh, eine Höhle Okay In der wir offenbar schon waren Das heißt Das war umsonst Dann versuche ich es mal von der anderen Seite Weil von da kamen wir offenbar nicht dahin, wo wir hin wollten Das heißt, wir Teleportieren uns mal kurz zurück Hier hin Ganz schnell bitte Falls ich das bis zum Ende der Episode nicht schaffe, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben Auch wenn ich es bis dahin wahrscheinlich dann schon rausgefunden habe Aber für all diejenigen, die sich das dann auch wundern Bam, bam So Und Mal schauen, ob wir da von der anderen Seite hinkommen Was aber irgendwie keinen Sinn ergeben würde Also Mach ich mir da keine große Hoffnung Bam Na gut Ja Ja Stimmt Hier gibt es ja noch Ah Das habe ich ganz vergessen Na, hier sind Leute in der Nähe Äh Jetzt nicht mehr, oder? Ja Sehr schön Ähm So Dam, dam, dam Oh, das war Sehr Döch Schlau Bum, bum Ach, das hat auch gereicht Okay Stimmt Hier haben wir nämlich ein Stück Karte noch nicht aufgedeckt Deswegen That is why I wanted Was können wir jetzt hier mit dir anfangen Erstmal können wir dich sehr einfach hier rausbringen Können wir dich da reinstellen Offenbar ja Ah Nice Ah, dann kommen wir an die Schatzlu da drüben ran Die wahrscheinlich auch wieder nur Rubine ist Aber hey Bum, ba, dam, ba, dam Yay Noch Lücken, ja Noch Lücken Äh Hä Okay Äh Don't trick me That's That's Dump Und jetzt kommt nochmal die Sequenz Wirklich What the fuck Ja, ich weiß Das hab ich grad schon mal gelöst bekommen Ab So Eins Zwei Drei Vier Weiter 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 Was ist da unten drunter Möchte ich nachher auch noch rausfinden Sieht mir auch noch ganz cool aus Äh Und jetzt eine Schatztruhe Kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas anderes als Rubine drin ist Nein, ein Herzteil Oh, cool Yay Da hat sich das ganze ja dann doch noch gelohnt, dass ich in jeder Schatztruhe nachgeschaut habe Juhu So Noch Runde da bitte Was ist hier drin Äh, ist hier überhaupt irgendwas Ich seh nichts Äh, scheint nicht zu sein Kein Insekt oder so Nö Wolf werden Hier kann man wühlen Äh, hier kann man wühlen, wollte ich sagen Ein gelber Rubin Der mir rein gar nichts bringt Yay Hop Juhu Gut Haben wir das auch geschafft Mit einem Herzteil dann sogar Und ich würde sagen In der nächsten Episode kümmern wir uns dann um die Wüste Und wo da das Ding ist Hop, 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 hop Yay Da kann ich mich nicht verwandeln Nein Hi Äh, hi Das ist aber selten, dass sich ein Wolf hierher verirrt Du bist aber ein feines Tierchen Brav, brav Okay Das ist wohl ein ziemlicher Tierfreund Gut Falls es euch gefallen hat, liken Falls es euch sehr gefallen hat, abonnieren Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit meinem anderen Space Ciao Leute Ciao Leute Ciao Leute Ciao Leute Ciao Leute Ciao Leute Ciao Leute